Ein gebrauchter Mini-Warn ist hier zum Verkauf angeboten. Vier Personen haben in dem roten Zweitürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei 227.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2002. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Schiebedach und noch vieles mehr. Der Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,8 Metern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.